Wie war Ihr Frühstück heute? Ja, viel Arbeit zum Herrichten, gell? Da hätten wir eine Empfehlung für Sie. Lassen Sie sich Ihr Frühstück machen. Und das in einer Urlaubsatmosphäre mitten in Oberösterreich. Beim Family Brunch am Blue Danube Airport in Linz-Hersching. Letzten Sonntags gab es die erste Chance dazu, zum Brunchen. Und da lag die Frage irgendwie in der Luft, was ist denn die Kunst des Brunchens? Ein richtig schön anbautes Tischtuch unter Umständen aufgespannt ist ja auch wieder Kunst. Da sind ja die Grenzen etwas variabel. Mit einem kleinen Augenzwinkern hat Erist-Boss Joachim Schiefermeier letztes Wochenende den Family Brunch im Balloon-Restaurant am Blue Danube Airport in Linz-Hersching eröffnet. Brunch mit Kunst geschmackvoll zubereitet. Ab sofort jeden Sonntag. Der Family Brunch, wo auch der kulinarische Aspekt für die ganze Familie im Vordergrund steht, wollen wir wirklich verstärkt für die Familie auftreten, wo wir immer Kinderbetreuung setzen, damit die Eltern wirklich in Ruhe ans Buffet gehen können und schlendern können und die Kinder bei meinem eigenen Buffet betreut werden. Und da ist wirklich alles zu finden, was das Herz begehrt. Von knackigen Schrimps über frischen Fisch bis Steaks und Mozzarella mit Parmaschinken. Und gut verdaut haben die Besucher beim ersten Family Brunch auch den Auftritt von zwei Menschenkatzen. Einer Idee vom Künstler Dietmar Piekering, seines Zeichens Erfinder von Cat People. Cat People ist ein internationales Kunstprojekt. Ganz vereinfacht gesagt, es werden Katzen dargestellt, Menschen. Es werden Männer, Frauen, Kinder bemalen wie Katzen. Davon fängt es an bei Hauskatzen über Wildkatzen bis zu den Raubkatzen. Und die werden so realistisch wie möglich dargestellt, malerisch. Dabei wendet man die Technik Bodybending an, Körperbemalung. Und wenn die Menschen als Katzen bemalt sind, werden sie dann in der dementsprechenden Umgebung fotografisch festgehalten. Und das war diesmal eben zwischen Abflughalle und Flughafenrestaurant. Ein gelungener Start für den sonntäglichen Family Brunch am Linzer Flughafen. Silke Steininger, Live Radio.